Ja, ich denke, dass wir vorhin noch ein bisschen vorgehen auf die Spiele rauszuspielen. Wir haben am Ende vor allem selbst in den Bankwellen schon parkiert. Das ist jetzt ein Thema, dass man sich noch einmal ansprechen wird durch Training, weil die Mannschaft wirklich auch konzentriert hat, ob es rauszuspielen, ob es rauszuspielen, ob es rauszuspielen, ob es rauszuspielen, ob es rauszuspielen. Ja, ich glaube, wenn sie da ein bisschen schrauben, dann wird sich manchmal auch sehr erfolgreich. Und ja, ich bin vor allem gegen das Lebensverhalten, das man kann ja vorliegen. Und nach Deutschland würde ich auch gegen die Spiele auszuspielen. dashtäne mit dercie Böden machen. Jetzt mal die Spiele auszuspielen. Und jetzt optimized und zum Beispiel auszuspielen. Und da bin ich dritte an. Und jetzt nochmal ein paar Spiele auszuspielen. Und also in der Zeit habe ich mit dem Spiele auszuspielen.